Ich begrüße euch zu meinem 22. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Wehrpflicht. Bevor 2011 die allgemeine Wehrpflicht abgesetzt wurde, war es üblich, dass jeder Mann seinem Land dient. Dieser Dienst hat bei den jungen Männern das Verantwortungsbewusstsein und die Liebe zum eigenen Vaterland gefördert. Wer den Dienst an der Waffe ablehnte, konnte den Wehrersatzdienst leisten. Auch hier wurde Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement gefördert. Ist es aber mit einer freien Gesellschaft vereinbar, wenn Bürger gesetzlich dazu veranlasst werden, ihrem Land zu dienen? Kann ein Land wie Deutschland darauf überhaupt verzichten? Für viele Menschen ist es erstrebenswert, einen Beamtenstatus zu erlangen, um den Dienst für das eigene Land zum Beruf zu machen. Selbst die Arbeit im öffentlichen Dienst ist ein Dienst für unser Land. Andere gehen in die Politik und dienen unserem Land als Abgeordnete, um dort die Bürger politisch zu vertreten. Diese Arbeiten werden als Ehre oder erstrebenswert anerkannt. Geht es jedoch um die Wehrpflicht oder Wehrersatzdienst, umgangssprachlich Zivildienst genannt, kommen jedoch kontroverse Diskussionen in Gang. Wieso wird der zeitweise Dienst für unser Land negativ und die Erwerbstätigkeit als Beamter oder im öffentlichen Dienst positiv bewertet? Das Aussetzen der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass unser Land im Ernstfall nicht mehr verteidigungsfähig ist. Insoweit können wir froh sein, dass wir in Friedenszeiten leben. Weltweit werden Kriege jedoch geführt, an denen im Übrigen auch Mitgliedstaaten der EU, insbesondere Deutschland, beteiligt sind. Ist es vernünftig, daran festzuhalten, nur weil der Krieg nicht auf deutschen Boden geführt wird? Die Wehrhaftigkeit des Landes, erst recht wenn unsere Soldaten ständig bei Auslandseinsätzen sind, muss sichergestellt sein. Anstelle der Auslandseinsätze sollten unsere Mitglieder der Bundeswehr besser im Inland zur Unterstützung der Bundespolizei oder dem Bundesgrenzschutz eingesetzt werden. Der Zustand unserer Ausrüstung der Bundeswehr ist nicht tragbar. Fahrzeuge, die nicht fahren, U-Boote, die nicht schwimmen, Waffen, die nicht funktionieren und vieles mehr. Die Fähigkeit kann nur durch die allgemeine Wehrpflicht wiederhergestellt werden. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht ist aber auch der Wehrersatzdienst weggefallen. Seitdem herrscht neben der Verteidigungsunfähigkeit unseres Landes auch Personalmangel im Pflegebereich, in der Kinderbetreuung, bei der Feuerwehr und bei Rettungsdiensten im Katastrophenschutz. Das freiwillige soziale Ja kann den Verlust nicht ausgleichen. Oben unter dem i findest du ein Video zum Thema Pflege und zum Thema Polizei und Rettungsdienst. Deshalb wäre es vernünftig, den Wehrpflicht und den Wehrersatzdienst wieder einzusetzen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Vielen Dank. Vielen Dank.